Jo Freunde, wir haben einfach die 100 Abonnenten geknackt. Das ist so krass. Ich gehe heute, also ich gehe einfach so auf meinen Kanal, sehe so, ich habe auf einmal 100 Abonnenten. Es wird bald ein 100 Abonnenten Special kommen, was es ist, weiß ich noch nicht, muss ich noch überlegen. Ich habe schon eine Vermutung, was ich machen werde, aber ja, ja, ich weiß schon, was ich machen werde. Ich kann es auch schon mal sagen, es wird mein eigener, äh, Alter, es wird mein eigener Song, ja. Ja, ich habe ihn schon aufgenommen, also den Song aufgenommen, aber noch nicht dazu irgendwas gemacht. Müsste ich mal machen, mache ich wahrscheinlich morgen oder übermorgen, keine Ahnung. Ja, ihr könnt gespannt sein, denn dieser Song handelt sich so um Zottel und so, ja, wirklich. Macht bei Neltex, ich tue ihn euch mal markieren, also Add Neltex, werde ich mal reintun. Ja, dann könnt ihr ihn abonnieren. Er hat fast die 50 Abonnenten und, also ein bisschen dauert es noch, er braucht noch 17. Äh, wenn er nämlich die 50 Abonnenten schafft, macht er ein Gewinnspiel, ja. Und vielleicht gewinnt er, ja. So, auf jeden Fall, das war es auch mit diesem kleinen Video hier. Und, ciao, ciao!